ja herzlich willkommen zur 51 folge gegenwart und zukunft und heute nach etwa einem jahr darf ich mich mal wieder auf den fachwerker freuen hallo mike ja moin moin alexander da bin ich wieder das ist jetzt schon ja ich hab mal geschaut am ersten 8 2022 zu meiner siebten folge warst du hier auf dem podcast ja guck mal ja ehrenau ziemlich ein jahr kannst du sagen ja nicht schlecht und ich habe mal geschaut damals hattest du ja 58.000 abonnenten und ich war ich glaube du warst damals schon so mit einer der größten ich sag mal fachwerker bzw altbausanierungs kanäle bei youtube und ja du hast vor ich glaube knapp ein oder zwei wochen die 100.000 abonnenten überschritten ja tatsächlich genau jetzt sind es 102.000 da könnte man ja nicht ganz verdoppelt seit einem jahr von 58 fehlen mir noch ein paar aber ja hat sich gut entwickelt kann man vielleicht sagen und der youtube play button ist schon angekommen der ist angekommen das ging sogar relativ schnell hätte ich gar nicht gedacht denn habe ich dann beantragt in so kommst du auch noch hin dauert noch ein bisschen aber da kommst du auch noch hin dann kannst du den beantragen und dann wird das geprüft und hast du nicht gesehen und dann kriegst du irgendwann eine nachricht dass der dann fertig gemacht wird für dich und dann so diesen versand wie ich ganz interessant ist und um die halbe welt ist der gereist bis er dann hier war man hat das auf dem kanal auch gesehen du hast ja den versand wie ich so ein bisschen verfolgen kommuniziert oder ja fand ich ich fand das total interessant so wenn man sich das so vorstellt ja und irgendwann war der tatsächlich eine post gar nicht schlecht und du warst in westfalenblatt in der örtlichen zeitung damit tatsächlich ja ja da hatten die auch noch man ist ja hier so auf dem dorfe sage ich mal dadurch dass ich im flugverein und so da hast du auch immer mal wieder mit den reportern hier zu tun und das sind ja immer die gleichen und da kennt man sich auch und sagt dann irgendwann so ja hier und so nicht dachte ja habe ich da sehen wir so scherzhaft gesagt so ja ich bin hier jetzt glaube ich der größte youtuber aus flote wir haben nämlich einen musiker den den wie heißt der joris den die mädchen werden den kennen und ich glaube der hat weniger abonnenten als ich obwohl der musiker ist und gar nicht so ein unberühmter also bei youtube habe ich jetzt glaube ich den größten kanal in flote und dann das war so der aufhänger und dann sagen da kam die ja nee okay dann machen wir doch mal eine story von so im lokalteil dass er nichts großes so fand ich mal ganz witzig aber werden die das denn mitbekommen dass wir hatten hier letztens so ein stadtfest und ja wie das immer so ist der bürgermeister kennt man ja auch und da haben wir da irgendwie gestanden haben ein bisschen gequatscht und dann war da halt die presse auch dabei und dann kann man da irgendwie drauf dass ich da ja auch dieses haus saniere und wir haben hier in flotow auch einige sehr schöne fachwerkhäuser die wo auch einige gerade von saniert werden so mit denkmal schutz und hast du nicht gesehen und da kann man irgendwie drüber dass ich sagte so ja sowas sowas habe ich auch nur halt ohne denkmal aber sowas mache ich ja auch übrigens sondern naja wie das dann so ist und dann haben wir da gedacht machen wir eine kleine story von ja wie geht es jetzt so mit hunderttausend abonnenten na gut im endeffekt dass das mag ja vielleicht so in diesem zielgruppenbereich ist das schon relativ groß also da bin ich schon auch ein stück weit stolz drauf dass wie ich immer schon so häufig in der vergangenheit gesagt habe hätte ich auch nie gedacht dass das in sich in so eine richtung mal entwickelt um himmels willen so aber natürlich freue ich mich darüber letzten endes merkst du natürlich jetzt erstmal bei den aufrufen auch nichts anderes ob du jetzt 85.000 abonnenten hast 95.000 oder 100.000 das spielt erstmal gar keine rolle letzten endes aber das ist so an der stelle erst mal recht egal aber ich glaube es ist für manche so gerade werbetreibende ist es dann ganz interessant weil das eben jetzt sechsstellige zahl ist und das sieht halt also 100.000 sieht halt anders aus als 98.000 obwohl es eigentlich kaum unterschieden macht wie ist das bei dem moment so mit anfragen von ich sag mal werbepartnern firmen ist es auch deutlich mehr geworden in dem letzten jahr oder hält sich ja doch die waage nee das ist tatsächlich relativ viel geworden in der letzten also jetzt wenn ich so das letzte halbe jahr mal so nehme unfassbar viele diese ganzen also ich krieg bestimmt fünf bis sieben e-mails pro tag diesen ganzen kram hier mit power stations und balkonkraftwerke wechselrichter hersteller ebikes mittel gegen haarausfall und also wirklich da ist so ziemlich alles dabei und ja das ist manchmal ganz witzig was was ja also was sie dann glauben was man alles testen will oder in kamera halten will aber ist natürlich auch quatsch also das ist dann immer das finde ich immer so witzig die die kommen dann immer zu kanälen die dann halt so eine gewisse größe erreicht haben und dann sollte den da nicht vollkommen klar sein dass ich natürlich jetzt nicht irgendwie einen kreuzlinien laser vorstellt also ja und dann so ja dafür kriegst du dann das produkt geschenkt wenn du das vorstellst im video und dann kann man da nur müde lächeln weißt du früher als ich noch 100 abonnenten habe da hätte ich mich total über so ein kreuzlinien laser gefreut und hätte den mit freude in die kamera gehalten und hätte mich bedankt und so weiter aber ja da kostete halt die sende minute auch noch ein bisschen weniger kann man sagen das ist halt wenn du den sechsstelligen aufruf oder abonnenten zahlen hast schon ein bisschen was anderes und da kann darf man dann zum glück ein bisschen wählerischer sein und deswegen mache ich das auch alles nicht kann mich noch erinnern letztes jahr da war doch diese baumaschine die bei dir in einem video hattest du auch im podcast erzählt so hinter dir stand und die war ja glaube ich dann zwei wochen später ausverkauft bei dem hersteller hat sich sowas noch mal mit irgendeinem produkt oder so wiederholt das weiß ich jetzt auch nicht aber allerdings hatte ich sowas auch tatsächlich noch nicht wieder also jetzt den den das war ja dieser baumaktsdamper den habe ich natürlich immer noch ich habe zwischendurch noch einen stampfer von denen bekommen hier so ein rütteln weiß ich weder das kennst du ja zum verdichten vom boden und da hatte ich mit denen telefoniert ich sag so ja also ich brauchte den jetzt für die baustelle und hatte bei den angerufen einfach nur um nachzufragen ob die mir ein ob die hat weil die auch gebraucht geräte haben also oder bware oder sowas und da habe ich einfach nur gefragt ob wir ob ob die ja einen hätten den sie mir anbieten können und dann ja natürlich klar was wolltest du für ein ja hier den günstigsten einfach der reicht für mich nein 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 den kriegst du den den stellen wir dir da so hin du nimmst natürlich das topmodell so ja wollte ich eigentlich gar nicht aber war natürlich auch wieder total netz freue ich mich halt dass ich da natürlich noch mal so ein stampfer gekriegt habe also ja das macht auch schon spaß aber das war auch das einzige mal jetzt im letzten jahr dass ich da noch irgendwas abgestaubt habe im eigentlichen sinne also jetzt so baumaschinen mäßig war das eigentlich sehr schwierig ist im baumaschinen bereich die meisten händler haben da kein interesse daran irgendwas zu machen aber du bleibst ja insgesamt auch treu wie du schon gesagt hast du nimmst nicht alles an sondern wirklich was wenn überhaupt irgendwie relevanz hat und mit deinem kanal auch in verbindung gebracht werden könnte ja jetzt für mich ist jetzt interessant eigentlich oder ich versuche jetzt parallel so ein bisschen jetzt für meine tagebücher da geht es mir ja auch tatsächlich nur um dinge die ich auch auf der baustelle verwenden kann also was ich ja schon seit ewigkeiten habe ist ja meine kooperation mit dem klamottenhersteller mit den arbeitsklamotten von burgier was ich ja schon ewig mache die mich auch schon seit keine ahnung seit ich 300 abonnenten habe oder so unterstützen genauso wie hat den baumaschinen das sind halt die einzigen und wenn ich jetzt in zukunft habe ich noch für claytech mit dem die stellen lehmsteine und lehmputz und das gesamte material was ich so für das fachwerkhaus brauche mit denen habe ich noch was geplant na ja und dann geht es halt mehr so um solche dinge und dann nützen wir halt auch deine powerstation nix also ich brauche dann halt baumaterial und mir geht es ja in diesem tagebuch auch darum dass ich da keine werbesendung von machen will keine dauerwerbesendung sondern das ist natürlich okay ist wenn man baumaterial jetzt irgendwie günstiger kriegt oder irgendwie so so quasi mit den einblendungen oder dem werbe marketing potenzial gegen rechnet aber das ist ja nicht so dass ich da jetzt die große produktpräsentation dann machen würde so und das muss halt immer gucken dass du dafür empfindest die da auch bock drauf haben ja das ist eben auch nicht viele viele wollen hat eine werbung die die kennen halt nur werbung und die wollen halt eine werbung machen und das problem habe ich jetzt immer ich versuche jetzt in meinen ich nenne es immer die themen videos also meine meine themen wo ich dann über wärmepumpen und sonst was spreche dass ich da auch mal videos machen mit der integration dass ich da also dann dann redest halt über batteriespeicher so und dann im vorfeld klärst du das ab mit einem hersteller von so einem system suchst du da halt einen aus und versuchst dann mit dem so ein bisschen das als kooperation zu machen also quid pro quo also ich nenne das system oder erläutere auch anhand des systems an ein rechenbeispiel dadurch kommt die marke oder das system ja auch in das video vom namen her die leute sehen das und ich erkläre das dann natürlich immer noch möglichst neutral also kein verkaufsgespräch sondern einfach nur es handelt sich immer noch um ein themenvideo wo es jetzt beispielsweise um batteriesysteme geht und nehme das dann nachher als beispiel raus so das ist natürlich kein wirkliches werbevideo weil ich den hersteller ja nur erwähnen und jetzt nicht wie so ein werben video kauft den weil das das beste hier ist noch ein rabattcode bla 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 und das ist dann das merke ich dann immer wenn ich mit den leuten darüber spreche wie so ein video dann gestaltet ist dass sie dann immer sagen ja aber irgendwie das ist ja gar keine richtige werbung für unser produkt und ich sage dann ja nee es geht ja auch darum in dem video erst mal etwas zu vermitteln denn benutzer oder der zuschauer der will ja was lernen der will jetzt lernen wenn es um ein thema x geht was passiert da wie läuft das so und dann nenne ich euer system nur als system oder als beispiel und der benutzer darf dann selber entscheiden ob er das dann gut findet oder nicht und sich bei euch meldet oder nicht sage ich aber anders funktioniert das halt im social media auch in der regel nicht wo sonst hast du nämlich unter den kommentaren immer nur ja letzten endes werbevideo ja du sagst das ja nur weil das weil du das bezahlt krieg gesponsert wird genau das ist natürlich immer dieser schmale grad wenn ich jetzt sind du musst es ja einblenden dass es werbung ist und wenn du natürlich sagst ja gut ich habe das system jetzt geschenkt gekriegt oder ich kriege hier 2000 euro für dass ich das jetzt sage ist den meisten leuten vollkommen klar oder die denken dann zumindest dass du natürlich nur positiv über irgendetwas sprichst weil er da geld verkriegt deswegen versuche ich das immer nur als so eine beispiel integration immer in videos das ist ja gibt es ja auch ein sehr gutes video von dir wo du die lehmbausteine ziegel vorstellst dieses gesamte sortiment von diesem hersteller ja das ist ja auch so ein beispiel ja genau ist ein bisschen älter schon aber auch da sieht man ja das ist ja wirklich wie so ein themenfeld in das video integriert ja genau das ist so die die art und weise und ich sag mal so die idee dahinter ist eigentlich dass ich das produkt also das mache ich natürlich auch nur mit produkten die ich auch selber empfehlen würde dass das ist ja auch mal das wichtigste und dann eben zu sagen ja das ist eben du kannst natürlich auch andere jetzt wenn wir bei dem beispiel du kannst ja auch andere lehmsteine kaufen es gibt ja auch lehmsteine von anderen herstellern aber wo es dabei geht ist ja im kern erstmal welche unterschiede gibt es davon und wo muss man darauf achten so und welchen anwendungsbereich hast du so und das ist eben die das wissen was der benutzer mitnimmt und wenn du das dann in dem wissen video verpackt dann kann dann ist es ja oft auch so dass einer sagt naja das hat er als beispiel genommen das beispiel hat mir ganz gut gefallen ich gucke zumindest mal was der anbieter hat also es ist ja nicht so dass der anbieter nichts davon hätte sondern er hat zumindest schon mal den namen platziert und ganz oft ist es auch so dass dann durch die videos und durch die reichweite der videos und dadurch dass der name des anbieters mit in dem video erscheint ist es ganz einfach wenn du jetzt danach googelt nach dem anbieter dann kommt automatisch dieses video weil eben die reichweite so groß ist und ja dann hast du hat also praktisch dieser dieser betrieb für sein system ein werbevideo in dem er immer auftaucht wo er viel mehr reichweite mit generieren kann und so weiter also das ist dann für den auch ein ganz guter ausgangspunkt eigentlich ohne dass das jetzt für den eigentlichen zuschauer des videos irgendeinen nachteil hätte es ja auch interessant dass sie das ja dann trotzdem kritisieren oder und sagt ja wie hast du das denn jetzt integriert wie du eben meint ist weil eigentlich wenn sie genau drauf schauen würden würden sie ja bemerken dass das wirklich eine perfekte integration ist und 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 es unmenge an reichweite generiert ja das kommt immer darauf an wie die wie die firmen also bei kleineren firmen da ist das meistens immer total easy weil die gleich sagen nein super wir haben uns zwei drei videos es muss natürlich auch passen wie man immer so schön sagt also sprich der der werbetreibende der muss ja mit meinem stil auch was anfangen können dass ich doch so ein bisschen lockerer mache und so das muss ja auch irgendwo passen und auch zum produkt und zur firma und du hast halt dann manchmal gerade bei so größeren firmen dienen den fehlt dann so die ja die die wollen halten werbevideo die kennen halt nur werbung und die haben irgendwie selber schon mal werbevideo produziert und sie sehen dann vielleicht ein video von mir und denken sich ja nee wie soll denn unser produkt da jetzt gut aussehen und das aber dass die benutzer heutzutage nicht mehr so doof sind wie früher dass die sich halt von irgendwelchen dummen werbesprüchen verarschen lassen ja die die zeit ist halt abgelaufen und social media werbung oder generell in so auf so einer plattform ich sagte manchmal ja dann macht es doch selber ja ja nee das ja und dann sage ich einfach dann macht dann engagiert jetzt erstmal eine marketing firma soll die macht euch ein tolles werbevideo zwei minuten für 8000 euro ja okay dann habt ihr ein tolles werbevideo und dann in diesem werbevideo ist alles top so und dann was macht er dann mit diesem werbevideo ja gut wir haben ja ein youtube-kanal ja ja ihr habt ein youtube-kanal ihr seid ein unternehmen mit 10.000 mitarbeiter und habt ein youtube-kanal mit zwölf abonnenten sage ich wenn ihr da jetzt ein video hochladet dann sehen das in einem halben jahr acht leute sage ich dann könnt ihr euch euer weil ihr keine reichweite habt und das ist das witzige und das müssen so große firmen verstehen die großen firmen die denken immer sie wären die dicken hunde aber in wirklichkeit im social media haben sie keine reichweite ja wieso dann können wir doch youtube ads kaufen also spricht dass die dann ihr video als werbevideo vor andere videos schalten vor schalten ja genau ich sage dann ja was passiert dann sage ich so ein werbevideo nach ungefähr fünf sekunden kann man das weg klicken da hat kein mensch hat jemals dieses werbevideo bis zu ende geguckt das ist total vergebene liebesmühe und manchmal hast du das dann dann sieht man das dann haben die das probiert und kommen dann nach einem halben dreiviertel jahr kommen die dann wieder und fragen dann auf einmal noch mal an können wir nicht darauf dass dann wirklich gemerkt haben ach nee stimmt so einfach ist es nicht so du brauchst halt die reichweite und die reichweite erlangst du auf einer social media plattform nun mal nicht als konzern sondern das ist wirklich so dann der bereich wo es dann ja deswegen nennt es sich als social media wo dann eben normale leute wie ich im mehr reichweite haben wie jetzt irgendwie ein großer konzern zu zahlen und das ist eben das was die manchmal nicht verstehen so richtig und dass eben die marketing leistung eine ganz andere ist als ein tolles hochglanz video kommen wir mal kurz auf den bereich community das war bei dir ja auch immer schon sehr intensiv also die leute sind ja viel am kommentieren auch in deinem wenn du innerhalb youtube an deinen abonnenten post ist das immer noch so stark das bis immer noch so extrem stark mit deiner community vernetzt oder ja man und man merkt jetzt schon den unterschied so langsam zwischen den tagebuch videos und eben den ich sage immer themen videos da merkst du schon den unterschieden also das ist bei mehr reichweite hast du natürlich auch was eben schon sagt du hast natürlich auch sehr viele zuschauer die dann so zum ersten mal dein kanal sehen zum beispiel so und dann die schreiben natürlich was anderes da drunter als jetzt leute die den kanal noch nie gesehen die schon seit zwei jahren folgen oder so die sind ja ganz anders gesinnt so die die verzeihen die auch mal fehler und sonst irgendwas und das ist so ein bisschen der unterschied dass dann viele wenn die sehen erhalten kanal mit vielen abonnenten und er haben dann gleich irgendwie die erwarten dann immer so eine game of thrones folge also von einer von einer leistung her die du da abliefern sollst und jeder kleine fehler wird dann sofort kritisiert oder wenn wenn sie dann sich doch nicht so perfekt unterhalten fühlen und das merkst du schon in den videos und mich nervt das zum beispiel tatsächlich in meinen tagebuch videos weil ich dir auf dem gleichen kanal poste ist es natürlich auch so von dem youtube algorithmus dass wenn du dir jetzt sagen wir mal ich habe jetzt zwei drei solar videos gemacht über photovoltaik die hast du dir angeguckt so jetzt sagt der youtube algorithmus okay jetzt habe ich ein neues tagebuch hochgeladen das schlage ich dir doch jetzt auch mal vor und du siehst dann zum ersten mal von mir ein tagebuch so und bis vielleicht ein gewisses niveau oder qualität oder was auch immer von den themenvideos gewohnt und dann siehst du das tagebuch an wo ich halt nur dummes seuch quatsche und irgendwas mache und dann halt da hast du dann so manche bei die dann auch sehr negativ dann kommunizieren und sehr negativ halt dann da reingehen und sagen mensch was ist das denn hier für ein schwachsinn und kommst du überhaupt was machst du hier überhaupt das ist doch voll und naja ist dann halt nicht ganz so schön das ist halt so bei so vielen abonnenten kannst das halt nicht verhindern das ist immer ein gewisser prozentsatz am gesamten und das hast du dann halt auch da so dass ich schon weniger mittlerweile in die kommentare reinschaue so vorher habe ich da immer vor gesessen weil ich wusste das video kommt online und dann habe ich mich da vorgesetzt und habe halt immer so ein bisschen mitgeguckt und wenn kommentare kommen gleich gleich geantwortet wenn fragen gestellt wurden oder was unklar war dass ich da so immer so ein bisschen mehr mich dran gesetzt habe auch und das mache ich mittlerweile ein bisschen weniger weil es einfach anstrengend ist wenn du halt die ja also so ungerechtfertigte praktisch mit wenig unfaire und ist man denn also nicht dass ich nicht kritik vertragen könnte dickes feld muss natürlich auch haben das ganz klar aber es sind halt manchmal auch einfach nur unfaire sachen dabei wurde man denkst du was was soll das jetzt das ist nur weil du mir jetzt nicht gegenüber sitzt deswegen schreibst du das da jetzt rein also mal durch den durch diesen mix an videos die ein die viraler gehen und auch ab einer gewissen größe jetzt ab 100.000 90.000 abonnenten dann passiert es schon dass ich so ein bisschen auch die kern community mit anderem jetzt stärker mischt wie du sagst und ja gut es ist auch ein bisschen frustration wahrscheinlich weil wenn du dann die kommentare nur durchlaufen lässt und dann vielleicht nicht mehr so viel lust dass die alle einzeln durchzugehen weil da so viel ja wie du schon sagst unberechtigte oder noch nicht mal kritik ist es ja einfach nur motzen oder ja alle kannst du eh nicht durchgehen auch so selbst wenn du wolltest das ist ich scroll dann immer schon also du kriegst ja immer so ein feed wo alle kommentare letzten endes von allen videos drin auftauchen und wenn der dann ich bin ja auch nicht ganz am rechner also dann bist du halt mal abends unterwegs und am nächsten morgen guckst du rein dann sind das so viele kommentare die kannst du gar nicht alle beantworten das ist immer dass das ding dann halten aber es ist halt schon so der der ton ist auch in meinen augen so im letzten halben dreivierteljahr ein bisschen rauer geworden so insgesamt habe ich so das gefühl also auch unter den ganzen videos dass man immer so denkt so wenn du über heizungen redest dann kommen da halt auch mal so ganz viele kommentare die eigentlich gar nicht gegen das video gehen oder gegen dich oder so sondern einfach so einfach nur so ein generelles ja dass die leute sich halt irgendwie genervt fühlen wenn jemand über heizungen oder über wärmepuppen spricht so und das ist auch lässt sich auch so langsam abzeichnen dass das irgendwie auch so ein bisschen alles so dass die grundstimmung im land irgendwie ein bisschen schlechter wird habe ich mal das gefühl und da lassen die leute ihren frust halt so kommentarspalten dann von aus es ist so ein bisschen die das halt auf der anderen seite auch ein mensch ist der der da seine mühe rein also man man produziert ein video das dauert irgendwie 20 stunden 25 stunden arbeit stecken da drin und dann dann hast du halt so kommentare als hätte ich das video nur gemacht um dich zu ärgern also nur um dich persönlich jetzt zu ärgern damit du dich jetzt richtig ärgern kannst anstatt dann einfach abzuschalten und zu sagen kommen der typ ist doof den gucke ich mir nie wieder an muss dann rausgelassen werden ja weiß ich auch nicht und du selber kannst halt nichts machen was soll ich denn machen also ich habe der andere ist ja anonym der kann machen was er will so und ich habe impressungspflicht und alles ich kann da halt nicht ich kann das nicht los blöken wie so ein idiotisch und darunter da antworten naja ich muss halt man sagt ja auch never feed the trolls also das ist auch wichtig sowas das bringt auch überhaupt nichts die leute die wollen ja gar nicht mit dir diskutieren dann hätten ja ganz anders angefangen sondern die wollen dich ja nur triggern die wollen eine reaktion von dir und dann lachen die sich ja kaputt und das ist immer das nervige daran dass du dann halt zähne zusammenbeißen muss und weiter scrollen muss auch wenn das dann total der ekliger kommentar gegen dich dann ist wurde am liebsten was gegen schreiben würdest oder dich rechtfertigen möchtest oder sonst irgendwas das ist so ein impuls den man irgendwie unterdrücken muss man gut die politik hat ja dieses heizungsgesetz gebracht du hast es ja auch als thema mit auf den kanal gebracht und auch ein bisschen erklärt und so weiter und ja klar dass da wird natürlich dann entladen so viel es geht ja bei solchen themen ist mir das natürlich auch klar also das ist dann auch immer ich mache ja die themen immer so wie sie mir gerade in den kopf kommen so nach dem motto und ich habe schon einige videos hier gemacht zu diesem ganzen heizung das läuft ja auch schon ein bisschen länger mit diesem ganzen heizungsgesetz und diesem ganzen wir war und das schlimme ist das ist ja wirklich immer schlimmer geworden also das ist jedes mal wenn darüber debattiert wurde wurde das ganze komplizierter und schlimmer und ich sehe es dann immer in meinen kommentaren dass die leute immer mehr verwirrt werden immer mehr verärgert werden immer mehr sich abwenden von der ja von der vernunft und jetzt hatte ich halt dann zum schluss das war sozusagen mein letztes video wo ich gesagt habe so mir geht es jetzt auch langsam auf den sack ich kann es vor allem weil dieses gesetz hat auch total also in mein also jetzt wieder das ist nur meine meinung mehr aber es ist halt auch wirklich schwachsinn es geht mir so auf eier weil ich sehe es auch in meinen kommentaren man redet über wärmepumpen und da kriegen sofort die leute eine halskrause bei ne und so wärmepumpe die gehört auf den schrott oder bla ne und genau das das sollte sich ja eigentlich ändern das sollte ja eigentlich alles besser werden diese leute sollten ja überzeugt werden dass das eventuell eine gute idee ist aber genau das gegenteil hat wurde halt bisher erreicht na und das sehe ich auch hinter den kommentaren ausgeartet in ein riesiges gesetz mit übergangsfristen und diesem und jenem und keiner blick durch und vor allem auch einen riesen kostenaufwand oder die kosten sind ja auch immer das ist ja auch mal alles eine frage der kommunikation wie man das jetzt es ist ja auch immer extrem individuell das muss man ja auch mal sagen jetzt wenn man auf diese ganzen kosten zu laufen kommt aber so wie das kommuniziert wurde oder jetzt natürlich auch von diesen ganzen kanälen dann aufgegriffen wird die natürlich genau daraus dann ihren profit schlagen das halt möglichst viel dann auch dann gegen angehen und so ja das macht es dann auch nicht besser so und das führte letztendlich genau zum gegenteil und was ich ja gesagt habe auch das wie das das thema ist so breit getreten dass letztendlich gar nichts ändern wird und kontrollieren kann das sowieso keiner mehr was was die da alle haben wollen du machst ja auch noch diese beratung ich glaube auch auf deiner internetseite hat sich das denn jetzt auch so ein bisschen zugespitzt nachdem dieses das habe ich tatsächlich jetzt wieder abgeschafft das war einfach zu viel aufwand das hatte ich eine zeit lang gemacht das war auch ganz interessant so ein bisschen ja weil es natürlich auch so ein bisschen so ganz also es hat einfach auch spaß gemacht den leuten so ein bisschen persönlich zu helfen haben wir oft in telefonkonferenzen videokonferenzen haben wir das ganze dann immer so etwas angegangen thematisch und so weiter aber das war halt am ende zu viel zeit die ich da reinstecken musste das war das hat sich einfach nicht gerechnet hätte ich das praktisch viel teurer anbieten müssen und dafür ist es dann auch wieder uninteressant und da habe ich dann wie das habe ich dann wieder eingestampft einfach weil es zu zeitaufwendig wurde alleine nur denken zu papierkram wenn du dann für 30 euro eine rechnung schreibst das ist einfach kannst du alles vergessen du bist ich bin die meiste zeit dann nur ja am rechner mit mit rechnungen erstellen und dann fehlt wieder irgendwie die adresse und dann schaffst du noch drei e-mails und dann hast du rechnung abgeschickt dann muss gucken wann ist die überweisung da und ach nee das hat sich einfach alles also dann lieber die zeit in den kanal stecken und ein video machen mit einem fundierten inhalt wo du es über video zeigst ja ich habe es dann über die videos letzten endes jetzt im letzten jahr das war so einmal noch die anfang des jahres glaube ich da habe ich dann irgendwann aufgehört zwei videos pro woche zu machen das hatte ich so im letzten jahr vorletzten jahr ungefähr da habe ich dann immer zwei videos gehabt und das habe ich dann jetzt aufgehört weil das einfach zu aufwendig war und habe dann halt auf zwei videos und noch ein video gemacht also anstatt dienstags und donnerstags mache ich jetzt nur noch naja nur noch nur noch mittwochs eins aber das dann eben entsprechend bisschen hoch wertiger ein bisschen besser recherchiert ein bisschen aufwendiger produziert und so weiter also wenn du mehr zeit da reinstecken kannst ist das ergebnis ja auch in der regel besser und das hat auch ganz gut funktioniert dadurch konnte ich die gleiche ungefähr die gleichen aufrufe erzielen wie vorher mit zwei videos und soweit so gut und jetzt habe ich die zeit oder wir haben jetzt mal parallel ich habe jetzt hier noch mit zwei anderen jungs wir haben noch eine photovoltaik firma will ich es mal nennen aufgemacht okay und das ist jetzt so das wo wir jetzt in der echten welt praktisch das standbein noch noch aufbauen möchte noch aufbauen naja dass das da wollte ich mich jetzt darauf stürzen dass das ein bisschen mehr vorangeht weil das mit youtube auch im moment ich weiß nicht du das auch schon also ich hatte jetzt im sommer eine sehr tiefes sommerloch also so nach also irgendwie das gefühl als ob gar keiner mehr youtube guckt oder auch letztendlich aus der zielgruppe oder der algorithmus die videos nicht mehr vorschlägt also ich habe jetzt über über den sommer kann fast schon sagen die hälfte von dem verdient was ich letztes jahr im sommer verdient habe also geht quasi die hälfte an abos und auch jetzt wird das immer noch nicht besser und auch der ja der cpm oder der rpm also das weiß ja auch was du letztendlich von youtube ausgespült christ er ist auch extrem niedrig schon das ganze jahr über also das liegt ja dann auch meistens da dran dass weniger werbetreibende bei youtube werbung machen wollen ja und dann ist die werbung billig logisch und youtube verdient nicht fehlt und dann kriegst du natürlich als creator auch nicht mehr viel und das war so ein bisschen im letzten jahr war ich so richtig gut drin richtig in der steigerung und habe ich gedacht zwar dies jahr kann es richtig was werden und geht richtig vorwärts und so hat sich allerdings jetzt nicht so wirklich bewahrheitet also ich werde wahrscheinlich nicht wesentlich mehr verdienen als letztes jahr und das ist natürlich noch nicht genug davon kann ich hier keine baustelle betreiben und deswegen haben wir jetzt gesagt wir müssen noch was in der echten welt machen also so ein bisschen weg von youtube als alleinige stütze und lieber was noch was anderes aufbauen damit das ja einfach vorwärts geht weil das so halt da kann sich halt auch verlassen also ich konnte das jetzt natürlich mit meiner kleinen abonnentenzahl noch nicht so stark merken weil bei mir ja auch die monetarisierung erst seit april läuft aber hast du denn mal mit anderen youtuber noch gesprochen also das muss ich ja wahrscheinlich durch alle größeren youtube kanäle ziehen beziehungsweise messbar sein oder ja müsste ich mal also wir haben so eine kleine whatsapp gruppe hier so mit andreas schmitz und und so anderen aus der solar und balkon kraftwerk ecke und die sagten allerdings auch schon das sommerloch haben die auch alle schon gemerkt ich weiß allerdings nicht werden jetzt nicht über die cpms oder so gesprochen die sind ja auch letzten endes sehr kanal basiert das ist auf jeden fall irgendwo im moment ein sehr schwaches jahr auch bei youtube selber das habe ich so das gefühl und das ist natürlich dann so ein bisschen dann der rückhalt wo man eigentlich gedacht hat das geht jetzt vorwärts ab diesem jahr hatte ich eigentlich gedacht ich kriege so einen abschluss hin dass ich davon leben kann und so dass es weitergeht und das jetzt wieder so ein rückschlag das war da nicht so toll und da habe ich dann gesagt nee da muss was anderes passieren dass ich halt ja auch außerhalb von youtube mehr halt zeit investiere und damit eben dann auch geld verdienen kann aber könntest du es durch andere werbe oder durch andere produktpartner und so vielleicht noch verstärken auch wenn man sich dann vielleicht nicht mehr hundertprozentig treu ist aber das wird es gehen durch die ja ja das würde gehen also dass das ist so ein konzept wo ich schon mal darüber nachgedacht habe wir haben eben schon gesagt die die sache ist ja die wie du eine werbung oder ein produkt von einem hersteller in einem video platzierst auf der einen seite dass du dass der hersteller zufrieden ist und die dann auch geld für gibt und auf der anderen seite aber dass du dem zuschauer letztendlich keine werbung unterjubelst das ist echt schwierig und das machen ja manche kanäle auch was auch gar nicht so unelegant ist mich persönlich stört das ein bisschen dass die praktisch hier so für sachen wie wie nors vpm oder wort auch immer dann so kurz und werbeblock einblenden ja so ganz kurz so ja ach ja und jetzt übrigens an der stelle nordvpm bla 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 hat hier die server und so genau genau so und dann so ein 30 also ich kriege ja auch davon kriege ich auch ständig anfragen du sollst dann so 60 sekunden musst du darüber reden und dann kriegst du von denen ja auch geld und die sagen dann einfach zu beginn des videos zum beispiel ja dieses video ist gesponsort von nors vpn von wen auch immer da gibt es auch so zig werbetreibende die damit praktisch dann deinen kanal finanzieren könnten also der vorteil dabei ist natürlich ganz klar das heißt ich habe das produkt was ich oder worüber ich in dem video rede bleiben wir jetzt mal bei den lehmsteinen oder bei den batteriespeichern was auch immer da ich ja für was ganz anderes werbung mache und die praktisch ja nur geld dafür spenden für das video ist natürlich allen klar das ist zwar nerviger werbeblock aber wenn der beendet ist und da kann man ja auch drüber scrollen letzten endes dann ist natürlich der rest des videos wieder authentisch das heißt man braucht sich keine gedanken machen weil ich jetzt geld von dem batteriehersteller gekriegt habe dass ich jetzt vielleicht die batterien ein bisschen zu sehr lobe weil ich sie verkaufen will verstehst was ich meine weil ich von denen kein geld kriege weil das trotzdem neutrales videos hat also auch so seinen charme aber ich tue mich immer noch schwer damit da so eine werbeunterbrechung rein zu machen dann bin ich weil ich das eigentlich nie so wirklich machen wollte weil es weil mich das selber halt nervt und ich mache halt sachen die mich selber nerven mache ich halt nicht selber irgendwie also weiß ich nicht dass das mag ich nicht genauso wie zu viele werbeunterbrechungen ich glaube das ist auch ein fehler den ich mache ich mache ja immer nur eine werbung in meine videos rein außer wenn die jetzt richtig lang sind wenn die über eine dreiviertel stunde dann mache ich mal zwei werbeunterbrechungen rein aber ansonsten nicht und ich glaube das mag der algorithmus auch nicht weil der weil der letzten endes auf die watch time gerechnet zu wenig geld mit meinem video verdienen kann und dann legt er lieber andere videos ein jetzt für alle zuhörerinnen und zuhörer wir sind jetzt halt so richtig tief schon in der ganzen youtube thematik ist natürlich schon sehr ich meine es ist interessant ja auch mal sind ja die kulissen so ein bisschen zuschauen auch mit hunderttausend abonnenten es ist alles kompliziert und es ist alles nicht so einfach wie man immer denkt und ja wirklich sehr spannend also wie du auch sagst da kam das loch jetzt schon wieder aber wenn du wolltest und du würdest eingesprochene werbung machen etc könntest du es vielleicht ausgleichen ich vermute aber auch deine community wird dir das auch nicht irgendwie dann übel nehmen weil ich meine am ende du machst das ganze ja auch weil wenn irgendwann so der punkt kommt wo du sagst ich muss es reduzieren oder was auch immer das geht nicht außer mit denen und den partnern ja gut dann müssen halt das auch irgendwie die leute akzeptieren oder ja das ist immer dass das ist auch mal das schwierige das ist immer sehr ärgerlich wenn man der youtube kanal wächst und wächst und am anfang hat man das ja alles so gemacht man macht das ja meistens nebenbei neben einem richtigen job und ab dem augenblick wo man das wirklich professionalisiert ab dem augenblick bist du natürlich auch darauf angewiesen dass du damit dann das geld verdienst und dann ist es eben nicht dann stellt man aber auch fest dass das ganze nicht so einfach ist und dann musst du halt geld genau mit sowas weil das einzige was du verkaufen kannst ist ja irgendwie platz in deinem video so gesehen also entweder für einen werbepartner oder für so eine norse wie bn werbung oder was auch immer und das wiederum mögen die leute aber nicht weil die wollen ja von dir unterhalten werden und die sagen ja früher hast du sowas nicht gemacht früher hast du das aber anders gemacht und jetzt quatsch du nur über sowas ja früher musste ich da auch noch kein geld mit verdienen heute möchte ich das und das ist halt die einzige art und weise wie du damit geld verdienen kannst und da muss man eben diesen diesen trick oder ja was ich schon macht diese gradwanderung das möglichst sauber hinzukriegen dass die leute das nicht schlecht finden zumindestens und ja also deswegen sei diesen ganzen anderen kram mit was bei youtube alles machen kannst da kannst du spenden einrichten da kannst du in den live chats buttons verkaufen ach was weiß ich ja du kannst tausend sachen noch einblenden wo die leute geld ausgeben für dich das mache ich alles nicht weil praktisch youtube damit am meisten verdient ja genau das ist wenn die einer zehn euro spendet über diesen diese entsprechende funktion ich glaube giving oder wie das heißt da kann also jeder bei jedem video einfach draufklicken und sagen mensch das video war echt toll hat mir echt geholfen hier hast du zehn euro dann kriege ich von den zehn euro glaube ich irgendwie fünf die muss ich dann noch versteuern und der also sprich das meiste geld kriegt youtube und der staat und ich bleibe dann an drei euro hängen von den zehn euro die du mir spendest und das ist ja auch witzlos und deswegen mache ich das alles nicht weil warum so und die drei euro bringen mich jetzt auch nicht über den berg und ich finde sowieso so ein spendenkonzept ist jetzt auch nicht das worauf man jetzt seine zukunft aufbauen sollte aufbauen sollte ja nix wurde also hier dann nicht auf dem portmonee der leute rumhängen ja dann bleibt zumindest dieser bereich noch mal sehr offen wie sich das so bei dir entwickelt ob das mit dem normalen business was du noch mit dem solarbereich status plus den kanal oder ob sich auch im kanal vielleicht doch noch mal ein bisschen was ändert ja wir werden sehen wer weiß wie schnell du richtung 200.000 rennst also abonnenten das glaube ich weiß gar nicht letztes jahr im podcast ich weiß gar nicht ob wir letztes jahr darüber gesprochen hatten wann du 100.000 erreichen wolltest ob du im jahr geplant hattest ich weiß es nicht ja ich hatte damals glaube ich die prediction da gibt es ja so social blade und so plattformen wo man das sehen kann da war die prediction glaube ich tatsächlich irgendwo so gegen mai und dadurch dass ich jetzt so ein recht müdes sommerloch hatte hat sich das jetzt bis juli august verlängert also noch mal so zwei drei monate obendrauf aber naja am ende ist egal und jetzt also ganz ehrlich jetzt die 100.000 das war für mich diese diese schallmauer die ich erreichen wollte und ab jetzt ist mir das auch völlig egal ganz ehrlich ja denn weißt du den nächsten youtube button diesen gold der nächste ist ja dann kriegst du ja noch mal einen bei gold ich glaube der ist bei einer millionen oder so so und da machen wir uns mal nichts vor selbst wenn ich das hier 50 jahre machen würde würde ich da nicht eine millionen abonnenten kriegen so von daher sprich gibt es jetzt da nichts mehr zu erreichen und ich habe ja auch jetzt festgestellt letzten endes an den abonnenten hängt es ja auch gar nicht ob du mehr oder weniger aufrufe machst also ich muss trotzdem immer noch sehen dass ich gute videos produziere und das hat eigentlich mit den abos nichts zu tun das ist einfach so eine psychologische grenze ich freue mich total darüber und naja jetzt kann im prinzip kommen was will das pusht ja auch so ein bisschen irgendwo weil den hat natürlich nicht jeder ich weiß gar nicht wie viel prozent der youtuber den überhaupt haben in gerade in deutschland es ist ja schon was ist ja schon was besonders 100.000 zu erreichen aber gefeiert hast es nicht also jetzt klar auf dem kanal so ein bisschen das ist ja so ein stück weit community management dass man das denn zeigt und so war ja letztendlich ohne die community das ja auch nicht funktionieren würde so daher machst du das so ein bisschen ich habe so ein live stream gemacht wo ich den dann live ausgepackt habe und werde den natürlich auch später wenn ich dann mal im haus fertig bin und dann büro schrägstrich studio habe dann hänge ich den natürlich auch an der wand aber jetzt im moment habe ich den jetzt an der seite gelegt erst mal und ja ich freue mich es ist ja wie bei so vielen dingen der haben ist besser als brauche das beruhigt einfach dass er da liegt und damit bin ich glücklich ja dann hast du noch ein thema ich glaube an deinem privathaus auch auf dem kanal gezeigt und zwar die wärmepumpe oh ja kannst du da mal ganz gut ich weiß jetzt gar nicht läuft sie schon oder ist sie läuft ja sicher klar die läuft schon die ja das war eine coole sache da habe ich eine eine wärmepumpe eingebaut und zwar so ein ja im prinzip eine stecker fertige wärmepumpe wenn man so will ganz cooles konzept das war auch mehr so zufall dass wir darauf zu laufen gekommen sind das ist auch eine kooperation gewesen und ja mit denen mit der firma hatte ich gesprochen einfach so wir hatten uns mal so die wie das immer so ist mehr die vier melden sich ja mal und so und dann sagt man sich ja lass uns mal eine team meeting machen so ein bisschen darüber reden was könnte man zusammen machen so gibt es irgendwelche schnittmengen wo wir vielleicht mal eine kooperation machen können und dann hatten wir uns halt unterhalten da ging es eigentlich mehr so um so geschichten wie irgendwie ein heizkörper oder eine was auch immer ne also halt so solche dinge dass man thema hat und da kam ich ja drauf zu laufen dass bei unserem haus wir haben noch ein familienhaus dass da halt die gasheizung kaputt ist und dass ich die jetzt tauschen will gegen eine wärmepumpe und dann kamen die und sagten ja du weißt du was wir haben da was das wird eine steckerfertige wärmepumpe ist wie ja das ist eine wärmepumpe die kannst du komplett do it yourself einbauen da brauchst du kein fachmann für keinen so heizungsmann kein sonst was kein elektriker habe ich die angehabe ich so was wie soll das denn gehen ja ich weiß nicht ob man das schon sagen die war zu dem zeitpunkt natürlich noch weder release noch und noch sonst irgendwas ja wir also confidential und so ja wir können dir das mal so zeigen das ist dann so ein schrank und da ist alles drin installiert und dann brauchst du noch diesen schrank rein stellen und eben dann die kupferrohre verbinden und dann ist das fertig ich sage ja und die elektrik ja ist alles schon fertig brauchst du noch einen stecker reinstecken da habe ich gesagt wie geil ist das denn und dann ja könntest du dir so ein ding vorstellen da habe ich so überlegt ist ja klar ist irgendwie eine geile sache so finde ich witzig ist cool ja und dann also das konzept dahinter ist dann tatsächlich dass du keine fachleute brauchst für das ding und dann haben sie das alles hin und her und die brauchen natürlich auch gleichzeitig irgendwie einen testkunden will ich es mal nennen also die haben eine anlage entwickelt und haben die gebaut und alles aber du musst natürlich auch gerade wenn du so anleitungen und sonst irgendwas noch verfassen willst für das teil ist natürlich nicht schlecht wenn du das auch einmal echt installiert hast und da ich ja auch jetzt als ingenieur ich habe 15 jahre in der entwicklung gearbeitet kenne ich natürlich auch das problem so und ich bin auch mal sehr so ein problemlöse typ und erkenne auch dann potenzielle probleme wo man sagt ja komm das sollte man vielleicht anders machen oder das sollte man so umbauen oder wie und da wie gesagt komm das machen wir und dann haben wir uns da geeinigt und daraufhin habe ich dann diesen sogenannten term cube da kommt jetzt übrigens am mittwoch von mir ein video zu haus habe ich den dann bei mir eingebaut und das war wirklich cool also es war echt witzig wir haben so ein paar sachen da noch dran geändert also wo wir echt wo ich dann so als elektriker auch gesagt habe ja nee mach lieber so und so andere andere steckdose oder was ne oder wie auch immer und das war schon cool und dann habe ich das ding ich habe noch nie mehr im leben eine heizung installiert und ich habe das ganze dinge da komplett alleine hingestellt du hast ja auch mit dem bagger dann da so ein bisschen das pflaster aufgemacht und ja genau das ist das heißt draußen steht die die wärme genau das ist also im prinzip ist es eine monoblock luftwasserwärmepumpe wem an wem das auch sagt das heißt die außen einheit ist halt oder die gesamte wärmepumpe ist draußen als geschlossenes system man hat also kein kältemittel und so weiter was man irgendwie bändigen müsste und man muss dann halt in diesem fall wie ich es gehabt habe ein bisschen weiter weg muss man halt eine fernwärmeleitung dahin legen das war so ein großes schwarzes rohr das ist praktisch dann einfach die heizung vorlauf und rücklauf so und dann drinnen ist dann praktisch sondern ist halt diese heizungsinstallation in diesem schrank und eben noch so ein innenteil das nennt sich jetzt einfach nur hydraulikstation bei so einem bei einer monoblock anlage wo dann halt noch mal dann das ganze übergeben wird auf das heizungssystem schon ganz cool und bis zu welchen temperaturen arbeit die noch gut mit so ich weiß jetzt nicht wie diese diesen ja also die cop also die kann es ja mal so der optimale betriebspunkt ist immer so bei sieben grad außentemperatur die geht aber auch runter bis minus ich glaube minus 30 oder so also ich glaube nicht dass wir das in unseren breitengrad noch mal kriegen werden und ich meine bei bei null grad oder waren es zwei grad da hatte immer noch also jetzt diese leistungszahl von 3,7 das ist also für eine luftwärmepumpe absolut okay und das ist also ein extra tarif für den strom dann oder wie ist das ja das wird dann geändert auf so ein wärmepuppen tarif und dann ist das eigentlich relativ günstig auf das haus werde ich jetzt auch gleichzeitig noch eine pv anlage installieren das wird dann auch noch ganz witzig dadurch dass ich jetzt ja mit in einer pv firma mit beteiligt bin werden wir da zwei fliegen mit einer klappe schlagen wir haben da jetzt nämlich dann mit kunden nicht mit kunden mit lieferanten diskutiert und dadurch dass ich ja zufällig das und youtube kanal habe mit relativ großer reichweite ist das auch gar nicht so uninteressant für die mit uns dann geschäfte zu machen weil dann ja nicht nur wir die anlagen an kunden verkaufen sondern letzten endes jahr das video wo wir mit deren anlagen arbeiten ja auch wieder ein werbevideo für die sein könnte deswegen kriege ich da jetzt auf das haus noch eine pv anlage ist auch ziemlich geil schöne 10 kw wird auch noch cool mache ich auch komplett selber dann und da kommen auch einige videos dann wahrscheinlich zu dann ja das werde ich dann auch mal komplett das gleiten ja das mit der wärmepumpe ist sicherlich auch interessant für einige die können sich ja das bei dir auf dem kanal auch mal angucken ich habe es im tagebuch so ein bisschen gezeigt und ich plane aber tatsächlich noch weil jetzt viele nachgefragt haben auch generell nach so einem ablauf von so einem einbau dass ich da noch so eine kleine einbau dokumentation von von drehen also das videomaterial habe ich ja ich muss es dann nur zusammenschneiden dass man so ein bisschen ja dass die leute einfach mal sehen können wie das dann abläuft was man alles für schritte das ist immer so mein altes motto wie immer was für mich hilfreich gewesen wäre bevor ich es gemacht habe das und meine fehler die ich alle gemacht habe dass man dieses wissen praktisch in so einem video verpackt dass die leute die das sehen eben diese ganzen fehler nicht machen und im vorfeld wissen auch was sie sich da einlassen das ist ja immer so ein bisschen bei solchen dokumentationen immer das interessante ja dann lass uns so zum ende der folge noch mal kurz über das fachwerk aus sprechen wie ist denn da so der stand werden wir letztes jahr mal so drüber gesprochen also im normalfall sollte man sich das ja als normalbürger irgendwie nicht antun in so etwas investieren genau sehr glaube ich da hat schon so ein bisschen gesagt wie ist denn heute der stand wie weit bist du gekommen und was liegt noch so vor dir ja ich bin auf jeden fall nicht ganz so weit bis jetzt wie ich eigentlich sein wollte also der plan war eigentlich schon gewesen dass wir jetzt so in die letzte im letzten jahresdrittel schon beim dach dabei wären das war ja so der plan dass wir dieses jahr das fachwerk restaurieren und das dach runterreißen das hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert aus diversen faktoren jetzt über den sommer so zusammengenommen dass wir jetzt halt erstmal noch bei der letzten giebelwand bei sind so allerdings die nehme ich jetzt gerade in angriff und ich jetzt müssen wir ein gerüst haben dann werden das haus einrüsten und dann eben dann ja dann vielleicht auch trotzdem das dach runterreißen weil letzten endes ist das jetzt für mich keine saison jetzt eigentlich scheißegal ob das dach da im august runter kommt oder im november das bin ich relativ schmerzfrei weil in dem haus ist ja nichts drin also selbst wenn da mal irgendwo ein regentropfen reinkommt da sind ja keine wände und gar nichts also das ist ja völlig egal und ja ich muss das natürlich noch mit meinem zimmermeister ein bisschen durchsprechen von der zeit her weil die handwerker müssen ja auch alle zeit haben die finanzierung ist auch so ein problem das ist eben jetzt auch so ein bisschen das ich hatte ja natürlich damit gerechnet dass ich dieses jahr ja durch stetiges kanalwachstum ein bisschen positiv da gut rauskomme das hat sich halt auch nicht ergeben und dann hast du automatisch auch eine bremse du musst dann einfach so ein bisschen auf die bremse treten wenn du das geld nicht nur auf dem stapel liegen hast dann muss man halt auch so ein bisschen rechnen ja und dadurch hat sich das auch am ende ein bisschen alles verzögert man muss halt immer sehen dass das auch alles funktioniert weil ja wenn du pleite bist nützt dir das alles nichts mehr da muss man vorher ein bisschen drauf ach nur das dach ist halt eine sehr große investition die auch gleichzeitig also wo auch sehr viel gleichzeitig fällig wird wo man jetzt nicht sagen kann ja komm naja dann kommt er halt nur einmal im monat vorbei dann ist es bezahlbar sondern das muss halt auf einen schlacht da sein fertig gemacht werden aber du hast diese ganzen alt lasten die in dem haus waren also alte dämmstoffe und so das ist ja jetzt glaube ich alles raus du hast auch diese den estrich da die alten bodensachen diese diese eisen ringe und so ist auch alles raus oder fällt noch irgendwas an richtig schwerem groben arbeiten an das ist tatsächlich jetzt alles geschafft also wenn wir jetzt an der giebelwand das letzte stück da ist dann nur noch ein einziges stück bodenplatte also noch ein einziges mal muss ich jetzt mit makita den kram weg kloppen mit dem bagger den letzten rest raus baggern und eben noch mal schotter rein und bodenplatte dann bin ich wirklich tatsächlich fertig zumindest im haus mit baggern und so weiter dann die giebelwand wieder aufbauen also das fachwerk wieder aufbauen und dann geht es halt so in die höhe weiter und dann glaube ich dann werden das ziemlich coole zeiten da freue ich mich total drauf wenn nämlich das gerüst also du musst wenn das dach neu machst in gerüst haben und wenn er dann gerüst am haus hast und das dach drauf steht dann kannst du natürlich auch das ganze fachwerk fertig machen also sprich da erstmal zigtausende von lehmsteinen dann halt in die gefache rein bauen das nachher alles verputzen das fachwerk einölen also dann wird das auch von außen wieder ein echtes haus werden und ich glaube das ist dann auch psychologisch eine sehr gute sache oder folge drauf also dass das wird auf jeden fall im nächsten jahr dann alles so weglaufen dann an der stelle das sind natürlich auch einige gefache und das muss man ja auch sehr professionell und in gewissen schritten machen auch mit diesen trocknungszeiten und so weiter ich glaube das wird noch mal sehr sehr eine sehr spannende zeit ja gut letztendlich bei so alten geschichten und wir sind natürlich in werkstoffen ist einfach dass das oberste gebot ist man muss sich halt ein bisschen zeit lassen also wir haben ja hier schon mal auf dem hofen fachwerk konnten so ein stück saniert die gefache und so das dauert halt alles da muss man immer so ein bisschen ein bisschen mehr dran rumtätscheln das kannst du nicht nur machen wie zement immer zack zack so naja da muss man halt so ein bisschen mehr geduld haben aber ich glaube die habe ich mittlerweile also nachdem was da alle schon gemacht hast ja dann schaue ich gerade mal so auf die zeit wir haben schon fast eine stunde wieder voll achte es ist es rannte mal wieder ja ja das geht immer so schnell ja mal ja einen schönen stand bekommen so wie es bei dir gerade aussieht dann hoffe ich natürlich dass das mit dem dach und so irgendwann passiert und dass ich das bei youtube auch ein bisschen ja ich glaube dass sich diese bremse auch bald wieder löst da ich denke schon ich vermute mal diese youtube flaute haben viele gehabt wird sich zeigen jetzt über den winter meistens lässt sich dann im oktober november noch mal einiges rausholen wenn es dann so richtung weihnachten geht dann werden die werbepartner wieder wach und so aber das naja ich weiß es nicht im moment da relativ wenig positiv weil das doch jetzt ein ziemlich schwaches jahre mit den gesamten zahlen aber gut du bist ja an anderen dingen dran und hast auch so ein paar sachen noch im kopf wir ja wir bleiben gespannt wie das weitergeht aber es zeigt ja auch mal wieder es ist ja auch schön wenn jemand so ehrlich spricht dass das alles nicht so leicht ist auch wenn man bei youtube irgendwas anfängt und macht sollte vielleicht viel noch mal auch gesagt sein so die das so mitbekommen ja nur weil man jetzt irgendwie mehr abonnenten hat ist man auch lange nicht über einen berg kannst du sagen ja das ist trotzdem noch immer muss doch relativ viel zeit und arbeit reinstecken um halt das ganze am laufen zu halten das ist wohl so ja mike dann danke ich dir für die zeit war ein schönes gespräch hat wieder spaß gemacht ja dankeschön und ja wer weiß vielleicht hören wir uns noch mal vielleicht hören wir uns bei 200.000 ende nächsten jahres oder wir schauen mal entweder bei meinen 200 oder bei deinen 10.000 können wir uns ja dann mal anschauen dann aber da kannst du dich gerne wieder melden wenn das nächste update hier fällig ist bei mir ja das machen gut dann wünsche ich dir alles gute und bis bald ja die auch dankeschön bis bald